Die Ewigkeit kann ein Fluch sein. Die Verluste, die sie erleiden mussten. Das Leben macht keinen Sinn mehr. Es hat seine Bedeutung verloren. Das tat weh. Mit denen würde ich mich nicht abgeben. Ich versuche schon seit über einem Jahr, dich zu finden. Mein Auftraggeber liegt im Sterben. Er möchte dir danken, dass du ihm das Leben gelebt hast. Es ist eine Ehre, Wolverine kennenzulernen. Das bin ich nicht mehr. Ich wollte ihnen nicht nur danken, Logan. Ich möchte ihnen etwas zurückgeben. Ein Geschenk als Gegenwert für das Leben, das sie mir schenkte. Sie haben lange genug gelitten. Unser Konzern hat alle Möglichkeiten. Ich kann sie sterblich machen. Meine Wunden heilen nicht mehr so wie früher. Was da alles passiert mit mir. Nein! Was die mit mir gemacht haben, das was ich bin, kann nicht rückgängig gemacht werden. Seien Sie sich nicht so sicher.